Es ist jedes Mal, wenn man das hört, das Gänsehaut. Also wenn man da unten auf dem Feld stand und du hattest das. Also diese Tradition wetzen sich auch nicht ab. Diese Tradition wetzen sich auch nicht ab. Das kannst du 40 Mal im Spiel, im vierten Quarter hörst du es wieder und bist wieder heiß. Und vor allem das Geilste ist, wenn du den Play direkt danach machst, ist das Stadion wild. Ich habe eine Frage gefunden gelesen. NFL oder College-Atmosphäre? 100 Mal würde ich eher in einem College-Stadion wieder spielen, wie Florida State oder Penn State oder Michigan über jedes NFL-Stadion. Das ist eine starke Aussage von Björn Werner. Und warum er das sagt, das fasst jetzt Lisa Hofmann zusammen. Weil die hat uns mal die schönsten Traditionen im College-Football zusammengefasst. Von Marching-Bands wie an der Ohio State University über riesige Banner, die es zu berühren gilt, wie in Michigan, bis hin zu riskanten Fortbewegungsmitteln wie bei den Oklahoma Sooners. Traditionen gehören im College-Football zu den Teams wie der Quarterback zur Offense. Hier kommen unsere Top-3-College-Traditionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Platz 3 belegt die Wisconsin State University mit der Jump-Around-Tradition, die so einfach ist, wie sie klingt. Vor dem vierten Quarter eines Heimspiels der Badgers erklingt der Song Jump Around von House of Pain und ein ganzes Stadion beginnt zu springen. Inklusive der Spieler, Kommentatoren und Maskottchen. Naja, hoffentlich sind amerikanische Footballstadien stabiler gebaut als niederländische Fußballstadien. Ihr erinnert euch? Die Colorado Buffalos sind unser Platz 2 und hier ist der Name Programm. Denn die Uni hat ein eher unorthodoxes Maskottchen mit gefährlichem Aussehen, aber süßem Namen. Buffalo Rolfi. Vor jeder Hälfte eines Heimspiels wird Rolfi von meist fünf Athleten der Uni in einem Hufeisenmuster durchs Folsom Field geführt. Die hinteren Läufer sind die stärksten, um Rolfi auszubremsen. Die seitlichen Läufer geben die Richtung vor. Rolfis BegleiterInnen werden übrigens in jedem Frühjahr bei einem Probetraining gecastet, denn der Job ist anspruchsvoll. Büffel erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 50 kmh. Definitiv eine kuriose Tradition, die es in Colorado schon seit, den 60er Jahren gibt. Unser Platz 1 ist eine noch sehr junge, aber unglaublich emotionale Tradition der Iowa State University. 2017 eröffnete neben dem Kinnick Stadium, in dem die Iowa Hawkeyes spielen, ein Kinderkrankenhaus. Eine Frau namens Krista Young postete im Zuge dessen eine Idee auf Facebook, die Idee zur Iowa Kinnick Wave. Am Ende des ersten Quarters in jedem Heimspiel drehen sich alle Fans, Spieler, Coaches, einfach alle zum Kinderkrankenhaus. Gemeinsam winken rund 70.000 Menschen den kranken Kindern und ihren Familien zu, die zumindest für kurze Zeit nicht an ihre Krankheit denken. Sie winken begeistert zurück und unterstützen ihre Hawkeyes mit Plakaten in den Fenstern. Traditionen im College Football, sie gehören einfach dazu und sie verbinden auf unterschiedlichste Art und Weise. Ja, unglaubliche Bilder, teilweise ein bisschen besorgniserregend. Dieser Büffel, also wenn der durchdreht, denke ich mir immer, ob sechs Leute den Weglinger unter Kontrolle halten. Der hat ja mal Aga von Georgia angegriffen und durch die Gegend geschleudert. Ich weiß auch nicht, was die ganzen Amis haben mit ihren Tiermaskottchen, dass sie immer so komplett, also wirklich ein echtes Tier nehmen müssen und in ein Stadion bringen müssen. Ich verstehe das immer gar nicht. Da passiert immer irgendwas. Welche der Traditionen, die wir eben gesehen haben, ist denn so deine Favorite Tradition? Ganz klar Nummer eins, Iowa mit dem Kinderkrankenhaus. Das ist schon echt geile Tradition. Und wie Lisa es ja gesagt hat, eine sehr junge, aber das ist schon geil, geil gemacht.